alter ich glaube ich bin oben keine kiste okay sich ja richtig gelohnt sich hier drei mal auf die fresse zu legen oh yeah ich könnte eigentlich zombiefleisch essen und danach ne milch trinken ja ich hab auch noch ganz mehr zombiefleisch so jetzt können wir auf die andy andere häuser mal rein so müssen wir noch nicht gespawnt so wie es aussieht das ist dunkel das ist voll das bücher labyrinth hier ohne witz sagt wenn du was findest ich schon mal ob überhaupt kisten drin sind sieht voll geil aus oh ja eine kiste relativ weit oben so wie es aussieht und das ist drinnen ich bin noch nicht da jetzt nämlich verarschen jetzt weiter nach oben ja jetzt muss ganz oben der druck selber auf die uhr jonas ja 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 hier oben ist aber auch nichts ne scheiße hier jetzt wäre ich fast ganz in der mitte durchgefallen was du bist denn ach so ich auch ja weil das wäre voll die kackstadt bis jetzt ist das überhaupt ne stadt ja es ist ne stadt jetzt sind die da vorne sind noch ein paar kisten bei denen bist denn du da ja rechts auf dem karussell steht auch ne kiste Komm mal dahin. Hinter dir ist ein Zombie. Ich weiß. Ah, scheiße. Ich wollte eigentlich nur weglaufen. Komm noch her, du. Oh, die hat sich gedohnt. Fiese. Alter, ein Leben noch. Okay, wir machen jetzt keinen Abgang. Ah! Nehmen wir schnell die zweite Montage. Ja. Oh, ein Herz. Äh, Tränke? Tränke halt uns zwei, bitteschön. Noch einen. Ich nehme mal die zweiten auch noch her. Ich habe jetzt noch einen kleinen. Okay, ich bin auch wieder voll. Aber du siehst, wie ich jetzt equipped bin. Ich glaube, ich habe eine leere Glasflasche erhalten. Vorsicht! Boah. Mann, diese Scheiße ist so mies, ey. Können wir jetzt hier keinen Schwerd fangen? Oh, kommt noch einer. Nein. Ich bin jetzt hier in einem heute ankommen. Ja, genau. Du den zweiten. Scheiße. Geht der jetzt mal tot? Blute. Also, meiner ist tot. Hast du schon ein Leben verloren? Zwei habe ich verloren. Ich habe zweieinhalb. Aber die Zommissier haben mich nicht gehittet. So, weiter geht's jetzt. Blute ich noch? Ich weiß nicht. Sieht nicht so aus. Also, ich hatte zumindest gerade eben den... Ich hatte einmal den Effekt vom Bluten. Und es steht auch, I think I'm bleeding. Aber jetzt kommt nichts mehr, also. Weiß ich nicht. Dann hau den Lukas. Aber versuch mal, dem Zommi da auszuweichen. Alter. Boah. Der rennt erst mal von mich rein. Ja, ich blute. Lock dich aus. Lock dich aus. Lock dich aus. Ich die zweite Bandage... Oh, jetzt hat er mich gehittet. Alter, der hat mich schon wieder gehittet. Ja, ich werde von zwei Zommis. Ich werde sterben. Oh, jetzt habe ich dich gehittet. Ich bin aber ausgelockt. Ja, jetzt blute ich auch noch. Ja, ich bin tot. Scheiße. Yay. Ja, kannst du dich auch umbringen, weil es war eh... Scheiße. Ey. Ist meine Maus leer? Meine Maus ist leer. Was heißt das? Ich muss mal kurz neue Batterien machen. Okay. Okay, ja. Auf zur EU4 und sterben. Ja. 22 Sekunden. Lol. Cello. Was ist das für ein Viech? Was haben wir denn hier noch so... Smash. Crafty Bomber. Und das Tolle mal in die... Okay, wegrennen. Ist die Devise. Ach, das ist Jonas Dings. Ja, genau. Ist klar. So, wieder da. Jo, ich kämpfe gerade gegen deine Reinkarnation. Der kann sich hier umbringen. Hat noch so einen kleinen Überlebenswillen. Ja, genau. Drei Zombies, oder was? Alter. Ja, komm, bring dich um. Schauen wir, wo du gespawnt bist. Ja, okay, komm. Yay. Wir haben jetzt 250 gespawnt. Ich wurde sogar von dir geslayed. Oh, die Lobby ist auch... Ja, das habe ich auch schon gesehen. ...ein Style hier. Ist auch nicht schlecht. Da hat es sich ja gelohnt zu sterben. Oh, wo bist du gespawnt? Alter, was hier auch alles an den Schildern immer steht. Ja, willkommen to mynsie. Ich bin gespawnt bei... ...1350. Und was war noch die zweite Koordinat, die wichtig war? Die zweite ist wichtig. Ja. 1350. 1350, ja. Komma Richtung Nullpunkt. Null. Also hier lang. Also bist du in der Wüste, oder? Ne, ich bin im Wald. An dieser Straße. An der altbekannten Straße. Oh. Also laufe ich jetzt gegen Null. Oh, hier kommen wir gerade ein Spiel entgegen. Laufst du auf einer Straße? Ja, ich muss... Ja, ich laufe auf der Straße. Okay. Dann bleib da drauf. Ja, wir kommen gerade mit dem Spiel entgegen. Aber wir sind friedlich auseinander, Gekka. Du laufst in den Plus-Bereich, oder was? Ich laufe in den Plus-Bereich. Bin bei 250 und laufe... Wir dürften uns so bei 800, schätze ich, treffen. Ja. Gute Schätzung. Hast du das eigentlich jetzt mal verstanden mit dem... Mit dem Ei? Vermute mal, du sprichst in dem... Also schreibst in dem Channel, in dem du den Slot hast. Hm. Formel... So standardmäßig ist dir das Auge auf 4. Ja. Und demzufolge vermute ich, wenn du es in den anderen Slot legst, hörst du auch andere Sachen. Und sprichst auch in einem anderen Channel. Ja. Okay. Könntest du das mal ausprobieren? Man hört ja nichts. Ja, halt im Chat, meine ich. Du weißt, was ich meine. So, bei 800 habe ich gesagt, schätzungsweise würden wir uns treffen. Aber ich bin schon bei 650. Campbell, Portsmouth, Hunsgrove, Witch Rail. Bist du bei Campbell? Ne, ich stehe an so einem Straßenschild. Ja, bei 900 müsste eine Stadt sein. Da könntest du auf mich warten. Also, wenn ich jetzt geradeaus weiterlaufe, kommt Campbell und Portsmouth. Und ich komme aus der Richtung Romero. Ja, musst Campbell. Warte mal an Campbell. Ja. Bist du da schon? Ne. Das war ja nur ein Straßenschild. Also, ich bin jetzt Campbell. Ich weiß nicht, hier ist eine Stadt oder sowas. Ja, eine kleine Stadt. 900 ist die ungefähr. Ja, das ist das Ding. Da ist ein anderer Spieler noch, pass auf. Zwei andere Spieler. Ja, das ist ja so zweigeteilte Stadt. Kommen wir die Straße erstmal weiter entlang. Okay. Also gehe ich nicht rein. Das ist wirklich Campbell. Kommen wir hierher. Da bist du. Da sind zwei Spieler drin. Ja, aber gehen wir jetzt erstmal in den anderen Teil. Oh, das wurde umgebaut. Wurde es? Hm. Schön aus. Cool. Aber jetzt sind vielleicht die Kisten wieder anders. Muss auch kurz auf die Map schauen. Ich hätte mal aufschauen auf die beiden. Die kommen auch bestimmt hierher, oder? Das ist bescheidig.